So, wir sind heute wieder in Wetzlar auf der Außenanlagenbaustelle und bauen jetzt die Tauchpumpe ein für die Gartenbewässerung. So, jetzt hätten wir unser Zugseil angeht, um das Kabel durchzuziehen. So, schon ein paar Spinnenweben. So. Uh, nicht abhauen. Jetzt putzen wir das mal trocken. Jetzt legen wir da Kabel rein, Erdkabel. Ähm, 5x1,5, N, Y, Y. So, wo ist der Anfang? So, wir müssen also von dem Ring mal ne Menge abrollen, dass das noch bis ins Haus kommt. Und den ganzen Ring kann ich jetzt, da braucht man dicke Arme, wenn man den abrollen will. Dann machen wir erstmal so eine Hand, paar Hände voll oder eine große Hand voll, roll das ab. Dann kann man nachher noch den Ring, den Rest, nachrollen. Gut, ganz so viel brauchen wir eh nicht, aber. Wenn vielleicht 20 Meter, 20 Meter vielleicht brauen, mal gucken. Wenn überhaupt eher ne weniger. Jetzt binden wir das mal an. Ah ne, warte, ein bisschen das so rum reinziehen. Das kommt ja von hier. So. Isoband. Da das eine ziemlich lange Strecke ist, müssen wir das natürlich gut binden. Wenn ich überlege gerade, oder ziehe ich mal ein Zugband ein. Das wäre natürlich geschickter, damit er das abreißt. So, da gehen wir mal in den Keller. So sind wir hier wieder im Keller. Wenn ihr euch noch erinnert. Vor einigen Wochen hatten wir das Rohr hier draußen gelegt zur Zisterne. Kann ich euch auch gerade oben mal verlinken. Da waren da ein paar Videos, wo ich das Rohr verbuddelt habe. Hier haben wir das Zuchtband, also ein Kabel eingezogen. Und das. Da haben wir jetzt noch von anderen Baustellen Reste dran. Jetzt tun wir das Zugband wieder einziehen. Nicht, dass ich jetzt hier mit Isolierband Kabel dran bin, weil bei den vielen Bögen, die da drin waren. Nicht, dass wir dann das abreißen. Dann habe ich mich gelust, weil damals war das schon beschissen einzuziehen. So, ein paar Knoten reinmachen. So. 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 Jetzt gucke ich gerade mal, wo ich so einen Kabelstrumpf dabei habe. Ich hoffe. Wenn nicht, können wir es da aber für nichts anbinden. Da nicht. Da kann ich irgendwo noch was hab sonst noch. Sieht nicht so aus. Da habe ich noch neben was drin. Nein. Da binden wir es jetzt hier schön an. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Wir fahren vom Kabel bis ein bisschen den. So. Und hier kriegen wir dann durch diese Öse. Dann kriegen wir eine zweite Räte durch. So. Wickeln das hier drum. Und machen da wieder schön dick Isolband drum. Dass wir keine Kante haben. Oder kaum Kante. Das kann man auch ein bisschen stramm ziehen. Aber ich gehe ganz gut durch. Ohne Qual. So. Dann ziehen wir auch keine Adern in die Länge oder sowas. So. Ziehen wir mal vorsichtig. So. Dann werde ich erst mal in das Rohr reinkommen. Das ist da. Es ist da. Es ist da. So. Wir brauchen noch so in den Zellerschrank oben reinzukommen. Und sowas tun wir jetzt nochmal drei Meter nachziehen. So. Jetzt ziehen wir den Rest noch ein bisschen nach hier. Hier drüben. Aua. Dann machen wir jetzt gleich ein bisschen Kanal noch hier hin. So. Das schickt. Das reicht auf Hochdeutsch. So. Dann wickeln wir mal die ganzen Senfe wieder ab. Genau. Mit in die Kindertragetasche rein. Da hat er schön in den Kindern klebt. Dann lassen wir noch ein bisschen Ordnung halten. Sonst gibt es ja noch ein Mecker. Da haben wir es hier verkrumpelt oder was? Das ist ein geniales Band. Ich tue es auch noch mal unten in den Werkzeuglisten mit verlinken unten in der Videobeschreibung. Weil das wollte ich nicht mehr missen als Band. Ich tue früher so diese gelben von einem anderen Hersteller. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Die sind dämmer sind leicht gebrochen. Und hier. Das hält. So. Karl Bünderreste. Wegtun. So. Jetzt gibt es ja hier einen Zählerschrank. Den ich schon nicht kenne. Weil das ist ein Haus, was wir hinten installiert haben. Gucken wir jetzt mal rein. Was hier so dahinter steckt. Wo wir hier mit dem Kabel rein können, haben wir noch eine Reservesicherung. Obwohl ich mache einen separaten FI-LS-Schalter. Dann lässt die Pumpe hier halber Hausdunkel machen. Aha. Hier war einer zu faul, die ganzen Dinger hier einzubauen. Normalerweise muss man hier oben ja die, nach der neuesten technischen Anschlussbedingungen, muss man so ein Netzwerkkabel hier oben reinlegen. Und hier unten, wo später mal ein Router vor dem Energieweissager reinkommt. Aber da hat der Elektro hier wohl keine Lust für gehabt. So. Und das sieht ja schon mal sauber aus. Schon hingelegt. Kann man nichts sagen. Äh. Und Platz haben wir auch noch. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hier abgreifen können. Ohne hier auszuschalten. Und das wird der Haushaltszähler sein. Wahrscheinlich. Da kommt noch ein Klemmstein drinne. Vielleicht will das nicht hier alles ausschalten. Ähm. Achso. Das ist für die Kellerwohnung. Achso. Das haben wir schon alles belegt. Shit. Genau. Im Keller ist meine Reservewohnung geplant. Aber da kann ich jetzt schlecht drangehen. Hier ist alles voll. Achso. Das geht einmal oben in die Etage. Und hier rüber. Puh. 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 Quält wird's gar nicht. Puh. 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 Muss wohl noch hier unten das mal kurz ausmachen. Das tut's mir auch nicht viel, weil... Ich kann ja schon hier oben ausmachen, kann hier die Faser abklemmen und dann hier eine drauf machen, anders geht es nicht. Ja, das muss man machen. Ich will es nicht alles ausschalten, weil die Leute sind gerade nicht da. Nicht, dass dann da irgendwas nicht mehr geht. Gut, hol ich mal Material. So, Material haben wir alles. Auf dem Auto. So, hier ist ein Fi-Schalter, also quasi ein Fi-Unleitung-Schutzschalter, also eine Sicherung in einem. Komplett separat. Setzen wir mal drüben hin. So, und den tun wir jetzt mal einspeisen. So, kommen wir hier mal aus. Oh, die Lüftung auch mit aus. Hier ist die Form Fi, da ist natürlich nichts drauf, weil ich habe ja abgeschaltet. Weil Null darf man niemals abklemmen, wenn irgendwo eine Last drauf ist. So, den noch ein bisschen kürzen. Kürzen sage ich abwechseln. Na, scheiße. Kloppt hiermit nicht so gut. Aber wenns neu ist schon. So, hier gehen wir dann oben drauf, wo die eins ist. Kann man hier schon am schönsten machen. Jetzt ist der Kanal im Weg. Hier unten her. So, auf die eine Seite kommt dann so eine Doppelze, also eine Duohülse. So, und auf die andere Seite kommt dann so eine einfache. So, So, dann können wir den Ongel unten wieder dran. So, dann gehen wir hier auf den Eenden. Ein bisschen lang, ein bisschen kürzen, dass da oben nichts rausguckt. So, dann gehen wir hier oben auf den, kann man das wohl sehen. So, hier oben auf den Ende drauf. Hier sieht man so ein Beispiel in dem Zählerschrank hier. Hier ist hier die Wärmepumpe. Der Hersteller Beiland gibt ein FI zwingend vor. Was ist hier? Nichts verbauten. So, jetzt brauchen wir die Phase. Dann messen wir uns jetzt mal. Das sind die schwarzen hier oben. Wer ist wer? Wer sieht? Man schulde schon grad mit der Kamera mal hier vorne hin. So, hier sind ja die drei Phasen. Und hier die schwarzen Drähte hier, das sind die, die hier abgehen. Die braunen, die kommen vom Zähler. Und hinterher sind Durchgang piepsen. Und wenn das ein Duspol nicht könnte, könnten wir es auch messen. Zum Beispiel hier sieht man jetzt hier unten am Display. Moment, machen wir mal andersrum. Können wir da oben das Display eher sehen. So, hier kann man jetzt sehen, hier ist 417 Volt. 417 Volt, weil ich habe einen Unterschied. Untereinander. Und hier kann man dann jetzt sehen, nix, 0 Volt. Das heißt, weil ich messe immer einen Potentialunterschied zwischen zwei Sachen. Jetzt machen wir es ganz einfach. Jetzt klemmen wir nämlich, äh, hier unten ist ja noch aus. Äh, halt nicht den, mit dem Zähler. Ich klemm jetzt den hier, hier raus. Aber das ist so blöd eng hier, aber egal. Ich klemm den Onkel jetzt hier raus, dass wir da unten keine Spannung mehr haben. So was hier sollten wir besser nicht daheim machen, weil das hier ja, hier ist ja Spannung drauf. So, und jetzt kann man dann hier hier unten, hier am Fi messen, da dürfte es nix mehr drauf sein. Wer sieht hier, da ist 239 Volt, 236 Volt gegen, gegen den, äh, Neutralleiter gemessen. Und hier vorne, der erste, ist nix mehr. Den habe ich schon da oben losgemacht. So. Ab. So Sachen hier, da holt euch einen Elektriker. Äh, weil hier geht es ja, sag ich mal, um nicht gerade ungefährliche Spielchen. Wo man mal richtig einen gewaffelt kriegen kann. Aber ich sehe gerade, ich habe einen, äh, einen schwarzen, einen braunen Draht geholt, schon gerade noch einen schwarzen. So sieht ein bisschen affisch aus. So. Jetzt haben wir hier auch schwarzen den Quadrat, weil ich hatte nur Bauern eben aus Versehen geholt, weil wir wollen ja nicht mittendrin die Farbe wechseln. So. Äh, äh, muss die Grätschzeine. Da. So. 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 fast so gerade abschneiden mit der kapelschere abisolieren und ein bisschen üben dass nichts kaputt macht ohne älter schon mit rauszuschneiden so dass man wieder ein bisschen kürzen dass man nicht oben guckt und das dann hier oben das könnte noch ein stück kürzer unagert so ist es um bündig mit der hülse die sind alle wieder fest noch mal nach dem elektriger auch gut fest gedreht hat ja so das klemmen dann hier oben unsere phase wieder an leider hat sich gerade habe ich auch ein bisschen eben dran gezogen drauf da nicht irgendwo abrutschen oder sowas das aber immer isoliertes vde-werkzeug nehmen sonst kitzelt es so komisch da ist man wie er hell wach so hager hager ein bisschen pasken aber arbeiten können ne passte hager ist heller schränke ist natürlich die besten schränke die ich kenne ich habe schon verschiedene fabrikate in meinem leben durch aber geht nichts über einen guten hager wollen die unten auflassen weil da wollen wir ja gleich noch das kabel jetzt hier unten gleich rein bauen so und das können wir dann hier mal messen so 241 volt und das können wir noch grad mal testen so ist jetzt der an das können wir hier messen 241 volt haben wir jetzt auf der phase ja doch auf der phase genau so und jetzt tun wir dann einfach mal irgendwo mal ein strom hinfließen lassen na gut dass nichts drauf haben wir mal eine erde klack und dann löst der fi aus gut so jetzt bauen wir mal ein bisschen kanälchen so was tun wir dann mal gucken ob wir hier noch ein bisschen platz drin hätten so könnte man hinten durchgefummelt kriegen das kartoffel nehmen wir weg wir ziehen es zumindest müssen weg tun die pa schiene potenzialausgleich die erdung und dann gehen wir durch den kanal dann und baue ich noch ein kleines stückchen kanal bis da unten hinten die reserbe fließen so ich habe wahrscheinlich kein 60er ich habe nur ein 40er dabei aber ist nicht schlimm dann machen wir dann hier gerade hier so ein kleinen stückchen kanal rüber wo wir von unten im kabel reingehen holt mal weg zurück so was machen wir hier mal ein stückchen kanal mal ein bisschen länger was wir sind da drüber mal 40 zentimeter die das tun wir nämlich hier mit dem stückchen kanal bohrer ich habe schon irgendwas und seitdem im libel gekauft so tun wir dann hier genau hier drüber tun wir dann ein loch bohren so äh scheiß brauche ich noch eine kleine wasserbank 1 2 4 5 5 So, jetzt gucken wir mal, wie lange wir nach oben brauchen. Momentchen. Ihr müsst ja auch was sehen. Wer schlecht, wenn ihr nämlich nur schwätzen hört und nichts seht. Wer bescheuert. Brauch ich noch nicht zu filmen. So, und die Erde müssen wir da oben hinbringen. So. 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 Grau und schwarz brauchen wir noch nicht. So. 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 hier unten auf den Fi. hier. hier noch schön hinein. So. abweg schön. Ganz schön ist nett. Aber immerhin. So. Natürlich nicht einschalten, weil da außen ist ja noch der Ring dran. halt. das was der elektriker nicht montiert hat, das müssen wir noch wieder hier rein tun. cool. so. so. hier brauchen wir dann noch so einen schmalen Onkel. kann man so abbrechen die Streifen. so. da ist da auch die Tür zu. so. jetzt tun wir dann noch. äh. das hier drauf schreiben. 49,50. schreibe ich jetzt gerade mal hier hin. 49,50. ähm. Tauch. Tauch. Pumpe. Zisterne. Das heißt, wir haben ja Fi LS. Das heißt, wir haben ja vor dem anderen Fi abbegriffen, wenn jetzt, äh, mal draußen Feuchtigkeit drankommen soll oder sowas, fliegt nur diese eine Fi und der Rest vom Haus bleibt noch an, ne? Wieso liegt eine Münze? Geld einwerfen hier, dass man Strom hat, ne? so, wir haben hier mal eine Steckdose reinbauen. ich habe hier eine von Merten, leider nur eine Doppelsteckdose dabei. Wir haben ja dran gedacht, dass ich einen einfacher brauch. Ähm. Die dübeln wir jetzt hier oben hin. Sind wir ja relativ weit über dem Wasserspiegel. Äh. Den machen wir hier drauf auf den Ring, falls wir den Ring nochmal hochsetzen müssen. Ich weiß nicht, wie der Splitt hier aufgefüllt wird. Ist ja noch offen. So. So. So, die dübeln. Hammer. So. Jetzt brauchen wir Edelschallschrauben. Ist ja am Nassen. So. Haben wir hier irgendwo nochmal das hingetan. So. Das Kabel kommt ja da unten an. Gehen wir dann hier rein. Das können wir nachher noch ein bisschen festbinden. So. So. Flupp. So. Hier den Ongel schneiden wir hier raus. So. Das war ja dieses Säle vom Kabel. Die wir nicht brauchen. Die Herstellungsseele. So. Tülle raus. Das hier rein. So. Jetzt kann ja hier bei der Steckdose, könnte jetzt die Kondenswasser entstehen. Deshalb tun wir jetzt hier unten. Und ob man vielleicht, wenn unser Kabel in das Wasser fällt. Ähm. Und dann gibt es nämlich so ein Loch, was man irgendwo raushauen kann. Aber wie ich mich kenne, ist das Loch garantiert von hinten aus zu hauen. Nicht von vorne. Ich glaube hier war das. Ja. So. Da kann nämlich das Kondenswasser hinten rauslaufen. Und dann steckt das Wasser, was irgendwann steht. So. Jetzt haben wir hier unten noch Kabelbinder dran. Dass das Kabel jetzt nicht runterrutschen kann. Weil ich kann ja schlecht dort in dem Schachkopf überdübeln. So. Jetzt hätten wir dann ein schönes Röhrchen noch hinmachen können. Aber da kommen wir ja nicht hin. Ohne das Ding leer zu machen. So. Zwei Kabelbinder. So. Dann rutscht das Kabel nicht mehr da raus. So. So. Die beiden. So grau und schwarz brauchen wir nicht. So. So. Die beiden anderen. Äh. Die drei anderen sag ich schon. Die drei. Die brauchen wir schon. So. Wo ist der Abo solier? Unkel. Da. So. Oh das ist bitte kurz abisoliert. Ein bisschen länger. Könnten wir schon machen. So. Braun auf braun. Blau auf blau. Wenn er richtig reingehen würde. Macht er gerade nicht. So. Jetzt. Dann immer mal dran ziehen. Dass die richtig eingerastet sind. Klack. Ja. So. Und dann den. Aua. Auf der Kante. Auf den Deckel rein bauen. Also beim Festziehen von eben dem Unterteil darauf achten. Dass man das nicht total verzieht. Weil dann kriegt man den nicht mehr richtig zusammengeschraubt. Wenn wir hier auf einer Rundung jetzt sind. So. Schöne Steckdose. So. Jetzt geht es los mit der Pumpe. So. Als Tauchpumpe habe ich hier eine. Gardena. Ähm. Was heißt. Wie heißt sie. Komfort. 6000 Schreck. 5 Automatik. 10. Aus dem Packungsdinger. So. Überschraubung drehen wir hier oben rein. So. Kabel binden wir nachher weiter oben noch ein bisschen hin. Aber wir brauchen hier unten ein bisschen mehr als. Ein bisschen tiefer als hier den 50 cm hier. So. Ähm. Wo das kabel tierischer Unterwasser bleiben kann. Aber wir können es ja nach oben die Steckdose drum festbinden. Kann man es ja drum hängen. So. Na. Geht sowohl hier auseinander. So. 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 Jetzt. Hier ist noch ein Kottel dabei. Damit wir die Pumpe irgendwann wieder hochziehen können. Die zieht man ja nicht am Kabel hoch. Das wäre ja nicht so schön. Dann kann man es ja abreißen. Jetzt hat hier noch eine Schnur dabei. Und was ist hier der Anfang? Das hier. Ah ja. So. 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 Warum haben wir so viele Schlauchstücke? Hier. Und zwar ist es ja so. Im. Ähm. Die Pumpe hält hier immer Druck. Dagegen. Ähm. Das heißt die. Sobald man aufdreht. Startet die. Und die hält immer Druck. Gegen. Hier ist natürlich das Problem. Ähm. Im Winter. Gut. Ihr könnt das ja kaputt frieren. Deshalb will ich hier oben ein T-Stück rein machen. Oberhalb vom Wasserspiegel. Dass man das im Winter dann ablassen kann. Das Wasser. Wenn man den Stecker von der Pumpe rauszieht. So. Jetzt bauen wir das mal ein. So. Jetzt tun wir als allererstes. Äh. Weil wir die Länge noch nicht wissen wie tief das Ding ist. Dann tun wir den Schlauch gleich oben auseinander schneiden. So tun wir erstmal hier oben den Schlauch mit der Schlauchstelle festmachen. So. 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 Boah. So. Dann machen wir den Schlauch hier drüber. Hey. Wie eine Edelste Hall. Edelsteste Rohrschelle, das dann rostet. n bisschen höher. Dann k ugher und da bloß, Alan & Mike ertre Filme wahrscheinlich auch. Eine Wiese Mohr. Die grippe kaum geht. Und die Brume bringt immer um die viereinhalb Bremse. wenn der Schlaufer nicht abgeht. Wo sonst blubberst du da unten drin, aber es kommt kein Wahrsein. So, mal ein bisschen noch hier abrollen von dem Faden hier. Von dem Seil. So. Jetzt lassen wir den Kabelwissen auch ein bisschen abrollen erst mal. Blub, 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 blub. Blub, und sie steht am Boden. So. Jetzt haben wir als allererstes mal das Seil hier abschneiden. Und werden das dann mal tun wir mal hinten durchfädeln bei der Steckdose. So. Weil die ist ja bombig fest, dass zumindest mal das Seil nicht abhaut. So. Dann die Schlauchgeschichte. So, wir wollen ja oberhalb, gut, das heißt oberhalb des Wasserspiegels, wir müssen es gleich hier neben noch dran binden. Das heißt, wir binden das jetzt gleich hier noch mit fest. Kabelbinden, äh, Kabelbinden am Bett. Weil sonst fällt uns ja jedes Mal das ganze Ding hier runter. Wir wollen ja hier oben entleeren können, wenn das ganze Ding ins Wasser jedes Mal fällt. So. Dann kann man ja mal locker hier dran hängen. Dann zieht ich ein bisschen runter, aber ist nicht schlimm. So, Gardena-Stückchen. So, die ganzen Artikel, die tue ich jetzt unten in der Videobeschreibung verlinken. Wir haben hier so ein Set mit zwei großen Kupplungen. So, und das heißt, wir machen ein bisschen länger sein, ist ja schlimm. Dann mal das Luftdruck dahinter. Weil oben der Hahn ja noch zu ist. So, dann drehen wir das hier mal auf. Also dieses große System von Gardena, die ist dreiviertel Zoll. So, da rein. Das mal fest. So, dann. Ein Teestück. Und an die andere Seite schneiden wir hier mal ab. Fuß drauf, dass man jetzt weg abhaut. So, dann machen wir dann hier auch eins dran. So, dann machen wir dann hier auch eins dran. So, klick. Und jetzt habe ich hier noch so ein Kugelhahn. von Gardena, halb Zoll. Das ist also im Prinzip dreiviertel, dreiviertel auf halb. Das heißt, glaube ich, bei denen werden die Maße da, äh, also 13 mm, 19 mm, also XL plus normal heißt das dann. XL heißt die große, das ist das normale. So, das heißt im Winter, das heißt im Winter, Pumpe ausstecken, Hahn aufdrehen, läuft hier leer, weil von oben ist der Gefälle bis hierhin, und dann kann er nichts mehr einfrieren. So, jetzt das Kabel. Da haben wir selber auch ein bisschen Knötchen hier, ein bisschen Chaos reingezogen. Dann machen wir den Stecker zum ersten Mal zur Seite. Da ist 15 Meter dabei und leider würden die 15 Meter nicht ganz bis ins Haus reichen, sonst hätte ich die Steckdose innen gemacht. Das ist mir ja schon lieber, als hier draußen so eine Steckdose. Aber, ging nun mal nicht anders. Ich wollte jetzt den Stecker abschneiden und eine Schrumpfmoge setzen, weil, da muss man den komplett rausziehen, wenn irgendwas sein sollte. So, jetzt tun wir mal hinten, haben wir einen zweiten Kabelbinder hier dran, hinter der Steckdose durch. So, und hängen dann das Kabel, so, und hängen das Kabel dann hier oben dran. So, wiegt ja nichts, von daher nur ein paar Gramm. So, Stecker in die Steckdose. Ist ja mit vier Dübeln fest, das hält. So, und jetzt schalten wir den Spaß mal ein. Dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, ich habe eben nicht so viel gesehen, wie ich das hier gemacht habe. Hier ist es im Prinzip das T-Stück, wenn ich das hier aufdrehe, springt die Pumpe direkt an und baut Druck auf. So, jetzt hat er wieder abgeschaltet, hat gerade ein bisschen gebrummt, hat wieder Druck aufgebaut. Und jetzt gehen wir hoch in den Garten. Das Gras ist schon super gewachsen in den letzten Tagen, es hat ja mal geregnet. So, das haben wir hier in dem Schacht, kann ich euch mal verlinken, wo wir das eingebaut haben. Dann haben wir jetzt hier diesen Wellschlauch drin. Jetzt hier aufdrehen, erstmal viel Luft und schon ist das Wasser dann da. So, ich weiß, es ist ein Aquastopp drin, ja. Da kann man nämlich jetzt hier den Rasensprenger anschließen. So, jetzt haben wir hier den Verbinder rein. Klick. Und schon haben wir hier Wasser drauf. So ein Rasensprenger, der ist unten. Der Sprenger ist noch weiter, wesentlich weiter als das mit dem Wasserhahn. Hier haben wir fünf Bar, im Wasserhahn hat man drei Bar. Jetzt kommen wir noch hier, es regnet jetzt hier über die Kante. So, alles fertig. Jetzt müssen wir oben noch den Schacht sauber machen, den Rand hier. So, und schon ist die Regenwadze. Jetzt sind 6000 Liter drin. Da kann man ja schon ein bisschen was mit dem Rasensprengen. Aber auch nicht so viel. Kann man wieder hoffen, dass es bald wieder regnet. Aber es hat die Woche schön geregnet. So, die Nachbarn hatten das Gras ja bewässert hier. Und wenn die Leute jetzt gleich wieder kommen, dann können die wieder weiter wässern. Außer es hat ja gut geregnet letzte Woche, drei Tage. Dann wächst das Gras auch schön und wird dort nicht. Ja, das Gras ist schon gewachsen. Hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich hat man Sorge, aber es ist auch verdorrt. Trotz vielen Wässern, weil es war so heiß die Tage vor dem Regen. Zwei, drei kleine dürre Flecken gibt es. Aber da kommt schon wieder das grüne Gras durch. Da oben ist noch so eine dürre Stelle. Ich gebe mir einen Sprenger mal gerade ein bisschen weiter nach hier. Ich kann noch ein bisschen Rasensprengen machen hier. Ja, das ist richtig dampft dahinter. H5 bar. Und die Puma hat noch eine gute Förderleistung. Die Puma haben ja schon bei drei Häusern im Einsatz ohne Probleme. Da kann ich nicht drüber klagen. Häufig gibt ja welche meinen, Gardena wäre ja nicht so die Topmarke. Aber ich bin da top und begeistert. Kann nicht Schlechtes drüber sagen. Wir sitzen da auf den Weg. Dann haben wir sie cauer. Dann sind wir das mit den Kulturen. Ich habe das mit den Kulturen gesagt. Dann bin ich das mit den Kulturen trage. Dann bin ich da mal ganz gut. Ich habe das mit den Kulturen. dann bin ich das mit den Kulturen dabei. Vielen Dank.